was geht ab meine lieben freunde und herzlich willkommen world's finest gamer am start und in diesem video soll es mal um einige geheime orte in gta online gehen bzw ich möchte euch ein rennen zeigen in dem ihr selber diese geheimen orte besuchen könnt ich feiere dieses rennen einfach nur abnormal und ich spiele dieses rennen schon seit playstation 3 zeiten und deshalb habe ich mir gedacht zeige ich euch dieses rennen hier einfach mal in diesem video heute den link zum job findet ihr auf jeden fall unten in der video beschreibung einfach draufklicken im social club markieren und dann könnt ihr den job auch selber spielen wichtig ist aber dass ihr dieses rennen als gta rennen startet denn sonst kann es probleme in diesem rennen geben besonders dann halt beim respawnen das rennen beginnt auf jeden fall auf einer plattform direkt vor dem fib gebäude und das ist eben auch schon die erste secret location in diesem rennen denn nun müsst ihr bis zur fensterscheibe vorfahren und dort den checkpoint einsammeln und dann respawnt ihr ganz einfach und schon seit ihrem inneren des fib gebäudes hier drin befinden sich auf jeden fall einige büros die ihr euch ja mal genauer anschauen könnt und dann geht das rennen auch schon über eine rampe weiter und wenn ihr über diese rampe gefahren seid dann spawnt ihr ganz einfach wieder außerhalb des fib gebäudes die nächste secret location die ihr dann erkunden könnt ist die polizeistation die ihr denke ich mal alle auch noch aus den heißt missionen kennt hier müsst ihr zunächst einmal zum hintereingang der polizeistation fahren und dort respawnt ihr dann ganz einfach vor der tür und dann spawnt ihr auch schon im inneren der polizeistation genauer gesagt unten bei den gefängniszellen und das finde ich bei diesem rennen immer so geil dass wenn ich mit meinem motorrad da drin rumfahre dass ich da ganz einfach so an diesen gefängniszellen vorbeifahre natürlich könnt ihr aber auch jetzt von eurem motorrad absteigen und euch alles mal hier genauer angucken was es denn eben so hier drin gibt oder ihr macht halt einfach einige selfies in den gefängniszellen im grunde könnt ihr nun die gesamte polizeistation erkunden aber wenn ihr das rennen nun weiterfahren wollt dann fahrt einfach den weg der treppen nach oben und dann könnt ihr ganz einfach am ausgang respawnen und dann spawnt ihr auch schon wieder draußen vor der polizeistation danach führt uns das rennen dann zur nächsten secret location und zwar ist diese secret location das haus von michael welches wir alle aus dem story modus kennen und hier können wir ebenfalls rein und zwar müssen wir hierfür erst einmal den pfeilen um das haus herum folgen also erst einmal so an der garage vorbei und wenn wir dann hinten angekommen sind dann fahren wir ganz einfach zur hintertüre der terrasse von michael's haus und dort müssen wir dann wieder respawnen und schon sind wir auch schon im inneren von michael's haus und hier führt uns dann das rennen eben nach oben in die obere etage zur toilette michael's haus und dort ist eben dann auch schon der nächste checkpoint drin natürlich sind im haus auch alle türen offen und ihr könnt überall rein und euch alles mal ganz genau angucken und wenn ihr wieder aus dem haus raus wollt dann müsst ihr jetzt einfach nur den oberen checkpoint auf der toilette holen und dann respawn ihr und dann seid ihr auch schon wieder draußen der letzte geheime ort den wir in diesem rennen besuchen können ist ein gebäude welches eben kein innenleben hat aber in diesem gebäude inne drin steht einfach mal ein server drinnen selber und diesen könnt ihr euch halt dann im inneren auch einmal in ruhe angucken auch hier gilt wieder dasselbe prinzip denn ihr müsst ganz einfach wieder vor der türe respawnen und schon seid ihr eben in der secret location drin und genauso kommt ihr wieder aus dem gebäude raus denn ihr müsst einfach nur noch respawnen wenn ihr wieder raus wollt und nachdem ihr in diesem gebäude drin war gibt es eben nur noch zwei checkpoints in diesem rennen und dann ist das rennen auch schon zu ende wie gesagt ich fahre dieses rennen jetzt nun schon seit den playstation 3 zeiten ich meine es war irgendwie 2013 2014 und ich feiere dieses rennen auch 2017 immer noch aber gönnt euch dieses rennen einfach selber einmal und schaut euch alle geheimen orte einfach mal genauer an denn vielleicht findet ihr ja noch das ein oder andere easter egg welches halt noch nicht so bekannt ist so ich bin nun aber mal raus habt auf jeden fall noch einen richtig geilen tag und wenn euch das video gefallen hat dann lasst mir auf jeden fall einen like da und wenn du neu auf meinem kanal bist dann abonniere mich kostenlos denn dann verpasst du in zukunft wirklich nichts mehr in gta online und dann sehen wir uns auch schon im nächsten video wieder bis dahin macht's gut bleibt gesund haut rein und ciao